Schon an der Hand kann man dem Pferd beibringen, auch auf die eigene Körpersprache rückwärts zu gehen. Das brauchen wir später in ganz vielen unterschiedlichen Situationen. Einerseits natürlich einfach beim Führen von A nach B, wenn ich einmal anhalten möchte und beispielsweise ein Tor öffnen möchte und das Pferd zurückgehen soll. Beim Spaziergang, wenn das Pferd etwas zu weit nach vorne gegangen ist, können wir es auch etwas rückwärts schicken und nachher für beispielsweise die Arbeit an der Hand oder die Arbeit unter dem Sattel ist es auch gut, wenn das Pferd bereits gelernt hat, auf ein Signal rückwärts zu gehen. Wir können also später auch unsere Stimmhilfe, die wir vielleicht von unten integriert haben, nach oben übernehmen. Ich könnte zum Beispiel sagen und das könnte auch mein späteres Signal sein, das Pferd rückwärts zu schicken und es wieder zu uns kommen zu lassen. Möchte ich dem Pferd beibringen, an eine Aufstieghilfe heranzutreten, so ist es zunächst einmal wichtig, dass das Pferd gelernt hat, der Gärte von mir wegzuweichen. Hiernach kann ich dem Pferd, wenn es der Gärte vertraut, beibringen, dass es zunächst mit der Hinterhand, später auch mit der Vorhand auf mich zutritt. Zu dieser Übung stelle ich mich an den Hufschlag, streiche das Pferd zunächst einmal mit der Gärte ab. Dann lege ich die Gärte ruhig auf der anderen Seite des Pferdes ab, gebe einen leichten Impuls und lobe das Pferd. Man sieht hier, dass das Pferd noch ein klein bisschen Sorge hat und dies versuche ich mit weichen, ruhigen Bewegungen, mit einem leichten Abstreichen der Gärte wieder zu relativieren. Habe ich dem Pferd an der Bande beigebracht, mit der Hinterhand und auch mit der Vorhand auf mich zuzukommen, kann ich für das Einparken dies auch im freien Raum machen. Ich streiche das Pferd zunächst ab, lege dann die gewohnte Hilfe an und bitte das Pferd mit der Hinterhand auf mich zuzutreten. Dies kann ich dann im Folgenden auch mit der Vorhand tun. Brav! Reagiert das Pferd nicht sofort auf meine Hilfe, würde ich diese so lange gleichbleibend weitergeben, bis das Pferd reagiert. In dem Moment ist es wichtig, sofort mit der Hilfengebung aufzuhören, das Pferd noch einmal zu streicheln und es zu belohnen, damit es weiß, dass es etwas richtig gemacht hat und im Folgenden leichter auf die Hilfe reagiert.